Die letzten fünfzig Schritte bis zum Bahnsteig legte Ohlund mit angehaltenem Atem zurück, und als er die kleine Metallleiter erreichte und registrierte, dass Schwarz sich noch bewegte, atmete er laut hörbar aus. Schwarz wimmerte, hielt sich mit einer Hand den Fuß und winkte mit der anderen ab. »Alles gut! Sie ist Richtung Treppen! Lauf hier nach!« »Hat sie geschossen? Lass mal sehen! Wir müssen doch...« Ohlund ging in die Hocke, aber er konnte kein Blut entdecken, also musste etwas anderes passiert sein. »Wieso geschossen?« Schwarz verzog das Gesicht. »Jetzt überleg nicht lang hinterher!« Ohlund setzte sich in Bewegung und nahm zwei Treppenstufen auf einmal. Am Ausgang zum Södermanns-Talk stand ein Wachmann, ein Telefon ans Ohr gedrückt. Er rannte an ihm vorbei ins Freie. Auf dem Marktplatz herrschte reges Treiben an den Obstständen in der Sonne, doch von der jungen Frau keine Spur. Zu Linken führte die Steigung Richtung Jütgortan, aber Ohlund ging davon aus, dass sie einen anderen Weg eingeschlagen hatte, da der Wachmann aus dieser Richtung gekommen war. Vor ihm lag der neue, boxenförmige Eingang zur U-Bahn vor dem Rüstgorden. Zu seiner Rechten erstreckte sich die Baustelle von Slussen, umgeben von hohen Zäunen und mit mehreren provisorischen Übergängen über dem gesprengten Riesenloch im Katharina-Wägen, mit Planen abgedeckte Stahlkonstruktionen. Als er in den Durchgang zum Staatsgorts Kajen bog, fiel sein Blick auf eine größere Menschentraube an der Ecke zum Staatsmuseet. Asiatische Touristen, die lebhaft gestikulierend zu der Brücke zeigten, die nach Gamlastan hinüberführte. Er rannte weiter. Als er um die Ecke bog, bestätigte sich seine Vermutung. An dem langen Bauzaun, der zwischen den beiden Inseln verlief, drängten sich Fahrradfahrer und Fußgänger, von denen sich einer schneller als der Rest bewegte. Das war zweifelsohne sie. Auch ohne die grüne Armeejacke waren ihre blonden Locken und das weiße Kleid, oder vielleicht war es auch ein Nachthemd, unverkennbar. Er nahm die Verfolgung auf und steigerte sein Tempo. Wenn sie eine Pistole bei sich hatte, dann hatte sie sie zumindest nicht in der Hand. Er hatte Seitenstechen, als er Gamlastan erreichte, und die Sonne schien sich mit seinem Fieber verbündet zu haben. Als sie keine zwanzig Meter mehr von ihm entfernt war, wurde sie plötzlich langsamer und hielt mitten auf der Straße zwischen Mazarinis und Engelands überfüllten Straßencafés inne und sah sich um. Ein paar Typen an einem Tisch, auf dem sich Biergläser drängten, amüsierten sich über die komische Gestalt und riefen Olund etwas nach, was durch den Verkehrslärm übertönt wurde. Doch sie nahm offensichtlich keine Notiz davon und ging langsam in die Triwalsgränt. Er folgte ihr auf Abstand, und als sie links in die Westerlong-Garten trat, rief er Schwarz an, der sofort dranging. »Wie geht es dir?« Im Hintergrund waren Stimmen zu hören. »Was ist passiert?« »Die Achillessehne. Ich dachte, die schnellt mir bis rauf in die Wade. Ich sitze hier noch auf dem Bahnsteig und werde von einem Arzt im Praktikum versorgt.« Olund erreichte die Westerlong-Garten, Touristen, soweit das Auge reichte, und mitten unter ihnen eine junge Frau, der die Passanten Platz machten, um sie vorbeizulassen, als hätte sie eine ansteckende Krankheit. »Das war aber ein ganz schön lauter Knall. Ja, das kann manchmal schon sein.« Der Schweiß brannte ihm in den Augen, und er blieb einen Moment stehen. Als er wieder aufblickte, war die Frau verschwunden. »Mist!«, fluchte Olund und drückte das Gespräch weg. Er fiel in den Laufschritt, bahnte sich durch Horden von Rucksäcken, Caps, baumelnden Kameras und verschwitzten Leibern einen Weg. Doch er konnte sie nirgends ausmachen, auch in keiner der schmalen Gassen, die die Straße kreuzten. Er stieg auf eine Betonbarriere und lief seinen Blick über das Touristengewimmelschweifen. Wenn sie nicht gesprintet ist, was bei diesem Gedringe schier unmöglich war, musste sie in einem Café oder Geschäft Zuflucht gesucht haben. Da ertönte schreck hinter ihm ganz in der Nähe lautes Hundegebell, das von den Steinwänden zurückgeworfen wurde. Er sprang von seinem Ausguck. Dann entdeckte er zufällig das Holztor und ging ein paar Schritte zurück. Die Öffnung war knapp einen Meter breit, und er sah hindurch. Zuerst fiel sein Blick auf den Hund. Ein Fenster stand offen, und ein Staffordshire Terrier, grau-braun wie die uralte Hauswand, streckte seine breite Schnauze heraus und bellte, dass es in der ganzen Gasse wiederhallte. Da sah er sie, rund fünf Meter entfernt. Unbeeindruckt von dem Gebell, den Rücken ohl und zugekehrt, nahm sie die Treppe nach oben zur nächsten Querstraße. Er folgte ihr durch die enge Gasse, die Hand in der Jacke, um jederzeit den Knopf des Pistolenholsters zu lösen. Die Geräusche der Straße wurden von den Hauswänden zurückgeworfen. Er hörte seine Schritte auf dem Kopfsteinpflaster übermäßig laut und versuchte, flach zu atmen. Aber offenbar hatte sie etwas gehört, denn sie blieb auf halber Treppe stehen und drehte sich um. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017